Heute schauen wir uns ein ganz besonderes Smartphone an. Es ist unfassbar, dass es überhaupt existiert und es ist noch unfassbarer, dass euch davon niemand berichtet. Ich meine, schaut euch das an. So sieht es aus. Okay, die Frontkamera ist Geschmackssache, aber die Displayränder sind so dünn, wie es kein anderer Hersteller der Welt schafft. Dann ist verbaut ein Top-Prozessor, ein riesen Display, ein Mega-Akku mit 6800 mAh, eine 50 Megapixel Quad-Kamera und ein hochwertiges Gehäuse aus 3D-Glas. Und das Ganze für, haltet euch fest, weniger als 150 Euro. Oder kann es etwas sein, dass man hier auf Amazon einfach verarscht wird? Ich würde sagen, wir finden das gemeinsam heraus, denn ich habe das Ganze gekauft und damit geht es jetzt los. Und hier haben wir es, das sogenannte Roteal P50 Pro Plus 5G oder so. Ja, der Name ist schon mal hässlich, aber das Smartphone soll ja trotzdem ziemlich geil aussehen. Natürlich bis auf die komische Kamera. Aber, ja. Also, denkt dran, wie das Smartphone aussehen soll, laut der Bilder. Und das Erste, was auffällt, ist, dieses Smartphone, was hier als Silhouette gekennzeichnet ist, sieht schon mal anders aus. Warum auch immer. Erstens sieht es komisch aus und zweitens sieht es eben nicht so aus, wie es aussehen soll. Aber gut. Was haben wir noch? Nix. 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 P50 Pro Plus als EU-Modell in der Farbe Weiß. 16 256. Das soll wohl heißen, haltet euch fest, 16 GB Arbeitsspeicher und 256 GB interner Speicher. Hm. Schon mal interessant, denn ich habe es nicht mit 16 GB Arbeitsspeicher gekauft, sondern auf Amazon Stand 8 GB, die ich aber auch anzweifeln werde. Aber nun gut, hier angeblich 16. Was haben wir noch? Wir haben ein HD Screen Super AMOLED, High Digital Camera, Face Recognition und Dekacore. Dann noch bla bla bla, aber ja. Zum Schneiden gibt es hier auch nichts. Da hat man auch gespart. Aber gut, wenn man dafür ein geiles Smartphone bekommt, dann machen wir das okay. Das sieht schon mal ja. Hochwertig ist was anderes. Okay. Hier ist das Smartphone drin in dieser Folie. Und hier nochmal, also besser gesagt eine Tüte. Hier nochmal eine Tüte und darin ist das Smartphone. Dazu kommen wir gleich. Was bekommen wir noch geliefert für den Preis? Okay. Das ist nicht reingelegt, sondern eher reingeschmissen. Was haben wir? Ach du Scheiße. Ein so leichtes Netzteil habe ich ich glaube tatsächlich noch nie in der Hand gehabt. Also es ist unfassbar leicht. Ich weiß gar nicht, wie ich das schreiben soll. Also es wiegt quasi nichts. Wirklich nichts. 1,5 Ampere 5 Volt. Ansonsten steht nichts drauf. Das wird gar nichts liefern. Also das ist wirklich so leicht. Vielleicht kann man es auch hören. So klingt es, wenn ich drauf klicke. Also das ist wirklich Schrott. und das ist ein USB-USB-Typ-C-Kabel und für den Preis haben wir noch na was haben wir noch? Kopfhörer. Geil. Die auch komisch aussehen? Ja. Und so werden sie auch klingen. Aber mein Gott. Was haben wir noch? Wow. Eine Silikonhülle. Aber gut. Egal. Wir wollen das Smartphone sehen. Dafür ist mir auch da. Das heißt erste Folie raus und weg. Zweite Folie ach du. Zweite Folie weg. Okay. Hier haben wir ein paar Sticker zum Smartphone die wahrscheinlich dabei sein müssen. Aber gut. Auch weg. Und hier haben wir es. Einmal mit einem komischen Noppen auf dem Powerbutton den ich weg mache. Will ich es wegmachen? Ich mache es weg. Ah. So. Richtig geklebt. Okay. Was haben wir noch? Eine Folie vorne und hier hinten haben wir auch noch eine Folie. Also ich kann euch schon mal jetzt sagen vom Gewicht her fühlt es sich gar nicht so schlecht an. denn es wiegt mehr als ich erwartet habe. Ich habe mehr erwartet dass es wie Plastik wiegt vor allem nach dem desaströsen Netzteil. So. Die Folie machen wir auch weg. Und wir haben nochmal eine Folie auf dem Display installiert die überhaupt gar nicht passt und ja die Display Ränder ich kann es euch gleich sagen sie sind alles andere als das was auf Amazon zu sehen war. Aber da schauen wir uns gleich genauer an wenn wir das Gerät anmachen aber ich kann es schon mal zeigen vielleicht sieht man es ich hoffe ich hoffe ich hoffe ich kriege das irgendwie drauf die Folie passt überhaupt nicht auf das Smartphone die Folie ist viel zu klein und die Frontkamera die wirklich tatsächlich wie auf den Bildern scheiße positioniert ist hat einen silbernen Ring außen herum gut kann man mögen des weiteren vielleicht ist euch schon aufgefallen die Folie hat Blasen also sie ist nicht mal gut aufgeklebt mein Gott ähm ich habe mir wirklich überall gespart hier sehen wir 1 2 3 4 5 Kameras aber interessant ist sie auch was schreibt denn der Hersteller auf Amazon Amazon sagt wir hätten eine 32 Megapixel Kamera und eine 50 Megapixel Kamera aber Quad Kamera will mir Amazon also sagen wir hätten 4 50 Megapixel Sensoren und eine 32 Megapixel Kamera es klingt fast so aber ich sage euch jetzt schon von diesen Kameras funktioniert funktioniert maximal eine denn jede Kamera unter den Linsen sieht genau gleich aus bis auf die ganz oben ich hoffe man kann das vielleicht sehen das werden alles Ertrappen sein und die ganz oben werden die echte sein und wenn ihr mal das Loch anschaut dann wisst ihr jetzt schon diese Kamera wird Schrott sein absoluter Schrott aber gut machen wir das ganze Stück mal an bis jetzt ja schon mal Schrott oh Yumiphone auch interessant denn auf Amazon heißt das ganze Roteal hmm Yumiphone nochmal interessant das heißt das Smartphone selbst weiß gar nicht wer es hergestellt hat aber gut Android ist Starting Starting Apps und die Auflösung ist angegeben mit HD aber es sieht eher aus wie alles andere als HD das sieht das sieht sowas von unscharf aus das ist ja unglaublich nicht mal ein 100 Euro Smartphone ist so unscharf ich hoffe man kann es vielleicht irgendwie sehen ich versuche es so nah wie möglich jetzt mal die Kamera zu halten es ist so unfassbar unscharf also selbst mit einem großen Abstand sieht man hier tatsächlich alle Pixel das sieht so verschwommen aus unfassbar und jetzt die Displayränder erinnert euch was der Hersteller euch versprochen hat auf den Amazon Bildern und haben wir das also bis auf die gut man muss ihn lassen wirklich scheiße positionierte Frontkamera sind die Ränder alles andere als das was versprochen wurde ein Moment ich hole einen Zollstock denn versprochen wurden unter anderem aber auch sieben Zoll sieben Zoll sind 17,8 Zentimeter etwa und was haben wir na wie mache ich es am besten dass ihr das seht so vielleicht wir haben hier 16 Zentimeter das heißt sieben Zoll sind das nicht aber wen überrascht das also mich nicht das kann ich schon mal sagen so ich gehe mal ganz kurz die Daten durch um mal ein paar Sachen abzuklappern was uns versprochen wird sieben Zoll haben wir fertig es heißt dass 93 Prozent dieser Oberfläche Display sind sind sie 100 Prozent nicht dann haben wir 256 Gebar interner Speicher na na schauen wir mal nach was haben wir tatsächlich about phone steht hier etwas nein keine Wischgesten ähm oh languages deutsches deutsch gibt es sehr gut das smartphone kann etwas ähm so speicher und usb warum auch immer usb angeblich tatsächlich 20 50 gigabyte ich weiß nicht ob ich dieser zahl glauben soll aber naja über das telefon modellnummer blablabla android version 11 android sicherheits patch ebene 1. märz 2021 ist neuer als ich gedacht habe aber neu ist das nicht so was haben wir noch ach ja ähm man muss auch so oft drauf drücken kamera 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 und man sieht jetzt schon sie wollen mir nicht mal in der kamera app vorgaukeln dass ich mehrere kameras hätte wie ich das sehe nö nö hier verzichten sie einfach komplett drauf und sagen ja scheiß drauf du hast einfach nur eine kamera also gut dann habe ich nur eine von was waren es fünf wie ich gesagt habe vier fake wir können auch mal gucken ob ich recht habe dass die ganz oben die echte ist ich verdecke mal die ganz oben ja natürlich das ist korrekt kann man hier die auflösung einstellen 50 megapixel ok ich werde noch draußen ein foto machen und es einblenden ihr werdet jetzt sehen wie das foto von der qualität ist und ich schreibe auch die echte auflösung dazu wenn ich sie dann rauskriegen sollte und auch eine videoaufnahme werde ich machen und auch diese werde ich einblenden denn auch das ist natürlich interessant denn angeblich kann man laut amazon mit dieser kamera meisterwerke machen gut glauben wir das einfach mal oder nicht so was wird einem noch versprochen ich gehe gerade mal durch 6000 mAh starker akku ich glaube nicht denn dann wäre das smartphone schwerer ich weiß gar nicht will ich das viel anfassen also jede berührung fühlt sich eher eklig an aber ich muss danach auf jeden Fall die Hände desinfizieren ähm nicht mal alle schriften passen auf das Bild ihr seht vielleicht hier sind ein paar Sachen abgeschnitten also wie wenig Mühe kann man sich machen ja ja genau face lock aha pin 1 2 3 4 1 2 3 4 gesamte nachricht anzeigen ja 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 darf man machen ich richte das ganz kurz mal ein einen Moment so und wir werden jetzt sehen ob das funktioniert ich mache es aus ich mache es an und ich schaue mich an oh ok überraschend es funktioniert vermutlich auch mit jedem anderen Menschen der so ähnlich aussieht wie ich aber gut ähm ja vorab installiert sind Apps die man kennt YouTube WhatsApp und Konsorten aber sie sehen anders aus als die die ich kenne ich weiß nicht ob das die echten sind oder ob hier irgendeine illegale Hintertür ist also verbinden werde ich dieses Smartphone mit Sicherheit nicht mit einem meiner Rechner das ist sowas von sicher also ja ja was könnte noch interessant sein ich glaube ich vermute wir sind geschockt genug aber mir fällt gerade eins ein es gibt etwas gutes zu berichten laut Amazon ist hier drauf Android 10 wir haben gesehen es ist angeblich Android 11 drauf ja cool also fassen wir das ganze noch einmal zusammen das Smartphone soll so aussehen und das tut es auf jeden Fall nicht dann soll es ein Display haben mit 7 Zoll in der Diagonalen und auch das hat es nicht dann soll es auf der Rückseite eine 50 Megapixel Quad Kamera haben aber nein vier Kameras sind gar keine Kameras und eine Kamera ist mit Sicherheit keine 50 Megapixel Kamera und der Akku soll 6800 Megapixel haben und das hat er 100% nicht ich würde sagen er hat wahrscheinlich wenn überhaupt 4000 dann soll es 3D Glas Backcover besitzen und ich sage euch die Rückseite ist wohl eher einfach aus Plastik als Prozessor verbaut soll es sein ein Qualcomm 888 also ein Top Prozessor von vor etwa zwei Jahren und das hat es 100% nicht denn das Ding läuft einfach Schrott so noch ganz kurz ein kleiner Einschub ich habe gerade den Antutu Benchmark durchlaufen lassen und ein Snapdragon 888 kommt auf bis zu 880.000 Punkte dieses Smartphone kommt aber nur auf knapp 30.000 Punkte das heißt ein Snapdragon 888 ein echter ist etwa 30 mal stärker als der Prozessor der tatsächlich hier drin steckt und ja tatsächlich auch die Hand auf dem Bild mit dem Smartphone ist nicht echt genau also haargenau diese Hand findet man auf mehreren Fake Smartphones also was finden wir hier raus man kann auch auf Amazon einfach verarscht werden ich denke das war dem meisten klar aber vielleicht nicht jedem also passt bitte auf und wir sind zum nächsten Mal wieder bis dahin bei Mobile Check und Tschüss bis zum nächsten Mal Untertitelung des ZDF für funk, 2017